ich habe schon wieder beendet, ich hasse meinen Benicam du bist willkommen, oh ja danke, ich schwacke dir herzliche Schluck na, du besser äh, SS ne doch nicht, ha? ja, Treffmuskelette, du Vollprostmusen du affmüßig, komm her, du dreckige mein PC vibriert, ist das gut? voll, ne, ich schiebe, ne leise Clip, äh, bei der Tristana was hat die denn? ja, ähm, ne? äh, SS, erst mal Magiris, das sie mich kaufen haben wie viel Damage ich da allein mit der Co machen kann ich gerade nicht gucken, weil ich gerade Bots zu tun habe und ich habe SS gesagt also, höll nicht stock, schweig like a bitch ja, und da war der Blitz rein let's troll, was ist let's troll, was ist denn let's troll, kenn ich nicht genau, stell dich vor mich, ne? da wirst du jetzt ran getogen, du oh, du bist ne Fotze, ey Lalalalalalalala Warum macht die Ulche auf den Blitz? Weil die Scheiße ist, ganz einfach Ja, Jax Weil die nichts kann Also Scheiße ist, wie oft noch Oh, ich hab meine Ulche jetzt Gleich Jetzt Was? Ich bin so dumm, warum mach ich eh nicht auf den? Oh, ich bin so heftig, alter Ist mir so auf den Kopf gefallen Warum seid ihr eigentlich mit ab? weil die Kursen die Kate soll sich verpissen, man! Alter, was willst du herren? Halt die Schnauze, du kriegst gleich einen aufs Maul, Michael! Ich komm hier gleich RL! Nein! Und dann machen wir ein bisschen Spiele schon. Ich komm hier gleich, äh, darüber und dann machen wir ein paar Spielchen, ne? Okay, du kannst gerne wieder mitkommen! Ja, ich komm doch! Wir sind auch hier. Ich komm, äh... 3 Mid-Pros? Das sind Pros? Echt, bin ja Pro! You're the same, what? Ach, ich soll, okay, ich soll mitbleiben, gerne doch! Ich bleib mit dir! Ich bleib mit dir! Ich hab' ich keinen Bock mehr! Ich bleib' jetzt in der Mitte eiskalt! Ich kann mich schon mal ne Popo schmatzen! Jetzt kommt die Wetten! Aber ist die schlecht, alles ist die schlecht, Alter! Bah! Wie ihr glaubt! Ne, ich bleib' nicht in der Mitte! Es ist? Nicht mal es ist? Ja! Hallo! Naja, jetzt! Hä? Nicht, was nicht? Ich bleib' nicht! Ich bleib' nicht! Okay, dafür kann ich nichts! Und der ist ein Blutrausch, wieso auch nicht! Haben ich's nicht gesagt? Wenn wir aufnehmen, verkacken wir wieder! Weil unser Team so scheiße ist zum Spielen! Na, du bist doch richtig Pro, Junge ey! Beste! Geniale Ulti! Ehrlich! Daumen hoch! Diese Ulti! Respekt! Hätt's nicht besser machen können! Ja, genau, stun und ich kaisel, ne? Mach' guter Plan, ne? Nicht schock! Hallo, Rain! Du hast mehr Leben! Oh, ich hab' mehr Leben! Egal! Ähm... Parkt mein LOL gerade, oder warum denn der Zeile bloß? Achso, das ist die Passe! Ist die Passe, ja, ja! Huuu! Ja, natürlich, Deiner! FTW! Ja, Drache FTW! Hier, schmeck! Komm, umarm' mich in meiner Flamme! Und du bist ja auch ein Tank! Wenn ich da eigentlich schon so... Aaaaaaah! Lauf! Das war Lack! Oh, Lauf! 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 Komm, ich nehme mal die Schmerzen! Schieß! Äh, du kannst springen, wär schon, ne? Du bist gut! Ja! Mein Mann! Ja, wie ich einfach mal ein paar Minions mitnehme! So eine Scheiße! Achja, ne, by the way, äh, äh, eine Info! Central the Third! Also, dieses letzte Franzis neue Rubrik! Kommt wahrscheinlich morgen! Äh, am Dienstag oder halt am Mittwoch! Ja! Müsste! Weil, äh, meinen Spielern da sind! Ja! Äh! Äh! Wie spielt's denn auch Multiplayer? Ja, man muss ja, denke ich mal ja, wenn's das ein Multiplayer gibt, klar! Klar gibt's Multiplayer! Dann können wir zusammenzocken! Ich hab das auch! Ach, geil! Perfekt! Ist das? Let's play together! Besser geht's gar nicht! Ja! Wenn's bei mir funktioniert! Wenn Grafikkarton so machen! Ich hoffe! Ja, ich schwör! Wenn nicht mehr! Das sogar schon funktioniert! Wenn das sogar auf meinem Computer läuft! Okay, du, ja gut! Er kann ja nicht aufnehmen, weil er, äh, zu schlechtem PC hat! Aber neu kann er spielen, ne? Oh, Moment mal, was! So schlecht ist der auch nicht! Ja, 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 ja! Jetzt nicht weg! Ja, ja, ja! Ja, ist klar! Mh! Oh! Ich weiß noch was! Oh, shit! Wie soll ich mal? Äh! Geh, Helm! Weg! Oh, danke fürs Weckregen! Echt?